Ich möchte euch nur zeigen, wie man die Lewis-Schreibweise bei Molekülen anwendet. Dazu werde ich das Ganze ein bisschen ausführlicher machen, aber ein paar Sachen solltet ihr später auf jeden Fall auch tun. Was ihr nicht machen müsst, ist so ein Kugel-Wolken-Modell zu den Atomen dazu zeichnen. Aber es ist gut, wenn man sich das überlegt, wie es aussehen würde. Denn aus dem Kugel-Wolken-Modell mit den vier Kugel-Wolken oder Elektronenwolken ab der zweiten Schale, daraus ergibt es ja direkt eben die Lewis-Schreibweise. Also zum Beispiel beim Chlor, ich habe sieben Außenelektronen, diese sieben Außenelektronen werden auf die vier Elektronenwolken so verteilt. Ich habe drei Paare und ein einzelnes ungepaartes Elektronen. Das zeichne ich als Lewis-Schreibweise also folgendermaßen ein. Erstmal beim rechten. Ich habe das mit Absicht so gelegt, die Kugel-Wolken, dass das also gerade so aneinander stößt, jeweils die einzelnen. Muss man nicht unbedingt machen, aber ich denke, es kann durchaus helfen. So, das sind die Atome vor der Bindung. Und wenn sie miteinander verbunden sind, also ein Chlormolekül ergeben, dann überlappen ja hier die Elektronenwolken. Und diese überlappten Elektronenwolken bilden dann eine gemeinsame Elektronenwolke. Elektronenwolke abgekürzt. So, und dem trage ich dann bei der Lewis-Schreibweise Rechnung, dass also eine gemeinsame Wolke ist, dass ich eben anstatt der zwei einzelnen Elektronen eine gemeinsame Elektronenwolke mit nun zwei Elektronen einzeichne. Das heißt, erst mal die Atom-Symbole. Ich zeichne es ein bisschen näher. Und jetzt zeichne ich alle Elektronenpaare ein. Die, die vorher nicht oder die nicht an der Bindung beteiligt sind, die zeichne ich hier ein. Das sind die nicht bindenden Elektronenpaare. Und jetzt habe ich ja die zwei Elektronen, die einzeln in jeweils ihrer Elektronenwolke waren, die habe ich miteinander verbunden, sodass ich ein Paar habe. Was ich mache oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich das einfach so einzeichne. Nur nochmal zur Kontrolle, was ihr auf jeden Fall machen solltet, wenn ihr das dann selber bei den anderen Beispielen auch zeichnet, zum Zähnen. Und zwar geht es ja hier bei dieser Atombindung auch darum, dass die Edelgasregel erfüllt ist. Das heißt, ich muss acht Elektronen auf der äußersten Schale des Atomes haben. Und das ist hier ebenfalls der Fall, indem ich mir zum Beispiel mal dieses vornehme und dann zähle eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also acht Elektronen. Das gleiche mit einer anderen Farbe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Also auch acht Elektronen. Das ist das, was ihr also unbedingt beachten solltet. Und bei dem Beispiel oder bei den Beispielen, die hier noch sind, zum Beispiel hier unten und auf der nächsten Seite, habe ich das ja so gemacht, dass es relativ einfach ist. Das sollte für euch kein Problem sein. Hier beim Stickstoff wird es schon ein bisschen schwieriger, aber ich denke, das klappt dann auch. So, und jetzt bearbeitet bitte die weiteren Beispiele genau auf die gleiche Art und Weise. Das Einzeichnen der acht Elektronen ist nicht nötig. Wasserstoff steht ja in der ersten Periode. Das heißt, es hat nur, wie man auch hier sieht, eine Elektronenwolke, die zentral um den Kern herum ist. Und da passen natürlich maximal zwei Elektronen hin. Das heißt, hier darf ich nicht noch mehr Striche einfach hinzeichnen. Apropos einfach hinzeichnen, nochmal wichtig, vorher einzeichnen. Alles, was sowieso schon vorhanden ist, an Strichen übertragen. Und dann diese zwei Pünktchen einfach eigentlich nur miteinander verbinden. Es darf nichts zusätzlich hingezeichnet werden. Und was man auch noch kontrollieren könnte, ist, man zählt mal, wie viele Elektronen vorher da waren und wie viele es nachher sind. Das muss natürlich auch stimmen. Wenn ich das jetzt hier gerade nochmal auseinandernehme, dann hatte ich ja hier sieben und sieben. Das macht zusammen vierzehn. Vierzehn Elektronen. Oder auch hier. Ne, das war der falsche Stift. Und dann müssen das hier auch insgesamt sein. Hier wieder pro Strich zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Also auch vierzehn Elektronen insgesamt. Das muss also stimmen. So. Und jetzt an die anderen Beispiele.